hier habt ihr Kanto, Joto, Höhen, Zinno geben wir jetzt mal eine Zinno Diamant Perl Platini hier ist es wichtig, also das Teil da ist nur wichtig, wenn ihr das Pokémon aus dem Ei ausstüpfen lassen wollt diese Sektion hier ist für Wettbewerbe sehr gut und die sind für Pokémon mit speziellen Formeln Rotom, Scheming, Connobild und so weiter zuletzt also müsst ihr noch das Ei da hier auswählen und zwar erhalten die erste Reihe erhalten ist das Datum, wann ihr es gefangen habt und zwar geschenkt also ich glaube das ist wenn ihr die Eier bekommen habt, bei erhalten gehen wir mal ein ja das heutige Datum ist 12 und ich habe keinen Plan, was wir heute vom Datum haben ich glaube es ist, das ist schon mein erster Fehler, sicher ich werfe mal eine 3 ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich glaube so stimmt es jetzt so haben wir alles, ja, ja wir haben alles so wir haben alles, Fähigkeit item blablabla, zum Schluss geht ihr noch hier auf Step bearbeiten und geht auf Max, ihr könnt ihr sehen wie die Werte dieses Pikachus dann aussehen werden also ja, ich finde es nicht so hoch, aber wenn Pikachu gut dann auf ok und beim ganzen auf ok und ihr seht das Pikachu ist jetzt hier eingeblendet, im ersten Slot jetzt komme ich zu einem weit verbreiteten Problem ja auch, zum Beispiel, wie speichere ich das jetzt, um es dann später verwenden zu können dazu geht ihr hier auf Export AR hier werdet ihr auf Fingerwiesem und den Cheat aktiviert, also mit L plus R und dann wählt ihr aus, wo das Pokémon erscheinen soll ich nehme einfach Party, also Team, da geht der Party am Ort und dann wählt ihr den Platz an also erstes, erster Platz bedenkt aber, dass wenn es im Team speichert, das Pokémon, das an deren Stelle ist, gelöscht wird und die restlichen Pokémon auch, das heißt, das Pokémon Team wird mit den Daten dieses Pokémon überschrieben also stellt sicher, dass ihr so ein Pokémon habt, das ihr nicht braucht, und Karpot auf Level 1 sollt, das keiner braucht und schließlich geht ihr aber hier auf Save XML na, na los so aber passt auf, da ist AR XML wir brauchen aber nur die Textdatei AR Text da wir nur den Code brauchen danach speichert ihr die Datei irgendwo, wo ihr sie wiederfinden werdet bei mir passt ihr unter Dokumente unter dem Namen Pikachu 1 speichern so, jetzt könnt ihr das da schließen das minimieren wir mal und wir holen unseren Code jetzt da raus Dokumente hier ist der Pikachu 1 holen na holen wir hier auf Desktop und können das jetzt schließen so, wenn ihr das jetzt öffnet, werdet ihr sehen, dass das ein Code ist natürlich kann man die manuell eingeben, aber bei so einem Code wird das wahrscheinlich nie einer machen also schließen wir das erste Mal Toning Code hier hin an die Seite so, und jetzt kommen wir zum Punkt, wie ich denn jetzt diesen Code auf mein Action Replay Modul kriege dazu machen wir folgendes, wir stellen sicher, dass das Programm die Software für den Code Manager installiert ist machen Doppelklick und wir stellen sicher, dass das Action Replay Modul mittels der mitgelieferten USB-Kabel an den Computer gesteckt ist dann starten wir das und warten bis die Code-Listen geladen sind so wir scrollen also unter zu der Pokens, die wir benutzen wollen in meinem Fall Pokémon Schwarz da ich ja Pokémon Schwarz benutze hier müsste dann eben auch sein, da Pokémon Schwarz und jetzt zum Wichtigen, ihr macht hier mit New, indem ihr auf New klickt eine neue Code-List also wie ich das mache nach Pokémon Wifi öffnet diese mal und ihr seht ihr habt das Pokémon Schwarz hier drin zieht dies Pokémon Schwarz per Drain and Drop System hier rein und dann überschreibt ihr das danach öffnet ihr auch das Pokémon Schwarz öffnet irgendwo mal hier Misscodes und klickt dann irgendwo rein auf irgendwo ein Rechtsklick und dann ist schon da Add New Cheat da geht ihr hin dann gibt das man den Namen des Cheats zum Beispiel ich gebe ein Pikachu und die Klammer L plus ja damit ich weiß man ihn kontaktiert und jetzt kommt hier das ins Spiel, die Datei wir haben wir öffnen die Datei, gehen wir aber auf ganz und kopieren den Code also den ganzen das da rechtsklick kopieren danach machen wir es wieder klein so und wir kopieren das hier rein also einfügen passt und dann auf ok 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 ihr werdet jetzt drauf gezeigt Programm schließen ok was ist jetzt los ach je also keine Ahnung was da grad los war wie gesagt ihr öffnet das Teil geht auf eure Codelist öffnet das Pokémon Black hier irgendwo Misscodes und dann rechtsklick in New Cheat dann gibt ihr den Namen Pikachu M plus ja und hier gibt ihr den verdammten Code ein ja so jetzt geht's wie ihr sehen kann steht dann hier Pikachu L plus R so jetzt minimieren wir alles bis wir nur noch das Spiel haben und dieses Spiel zieht ihr jetzt an die Stelle wo bei euch das Pokémon ist an die Stelle zieht ihr das weil wir müssen die Daten überschreiben per Drag & Drop System einfach hier jetzt wird ihr gefragt dass sie schon existiert und ob ihr es überschreiben wollt hier geht einfach auf ja damit die Daten überschreiben werden überschrieben werden zum Schluss müsst ihr nur noch auf Commit Changes gehen um alles zu speichern und ja ok jetzt könnt ihr es wegnehmen und congratulations ihr habt ein Core ein Cheatcode erstellt und eingefügt tja falls Fragen also wie Probleme wie eben also vorhin aufgetreten sind dass es mal nicht funktioniert ihr könnt mir gerne auf YouTube eine Nachricht schicken ich werde diese Fragen gerne beantworten falls etwas unklar ist die Links auch zu den Übersetzungen Englisch-Deutsch-Besetzungen werden es wird alles in der Beschreibung vorhanden sein und tja tja ich weiß nicht mehr was ich sagen soll einfach Ciao tja tja